Ein paar Beispiele zu Baumdiagrammen kommen sofort. Wie immer eine kurze und knackige Wiederholung. Ein Baumdiagramm sieht meistens so aus. Die Anzahl der Äste kann unterschiedlich sein, wie ihr gleich sehen werdet, aber in den meisten Fällen wird es euch so begegnen. Um euch mal ein Beispiel zu geben, was man hier ablesen kann. Die Wahrscheinlichkeit, bei der ersten Durchführung eines Zufallsexperimentes den Ausgang a zu erhalten, liegt bei p von a. Die Wahrscheinlichkeit, bei der zweiten Durchführung dann b zu erhalten, liegt bei p von b unter der Bedingung a. Und die Wahrscheinlichkeit, dass erst a und dann b eintritt, bei p von a und b. Noch eine wichtige Info. Die Wahrscheinlichkeiten der Äste mit gleichem Ursprung muss immer 1 ergeben. Die Wahrscheinlichkeit eines Pfades, also zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit des ersten Pfades da oben, berechnet man, indem man die Wahrscheinlichkeiten auf diesem Pfad miteinander multipliziert. Will man die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses haben, dann addiert man einfach die Wahrscheinlichkeiten aller Pfade, auf denen dieses Ereignis eintritt. Wer das alles nicht so ganz verstanden hat, der sollte sich vorher nochmal unser Erklärvideo anschauen. Da erklären wir es ausführlicher. Es wird aber auch ziemlich klar an den Beispielen, die jetzt kommen. Starten wir also mit dem ersten. Es ist kein Kontext gegeben und der ist hier auch gar nicht wichtig. Hier soll es nämlich darum gehen, dass ihr die Regeln zum Baumdiagramm kennt und anwenden könnt. Als erstes sollen wir das Baumdiagramm zu Ende ausfüllen und dann die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis berechnen, dass genau einmal grün vorkommt. Gehen wir einfach mal die Regeln Schritt für Schritt durch. Die Wahrscheinlichkeit der Äste mit dem gleichen Ursprung muss ja 1 ergeben. 0,4 plus was ist 1? Genau, 0,6. 0,2 plus was ist 1? Genau, 0,8. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Wie kommen wir jetzt aber auf die beiden fehlenden Wahrscheinlichkeiten hier oben? Ganz einfach, die erste Pfadregel. Wenn man 0,4 mit der fehlenden Wahrscheinlichkeit multipliziert, dann muss 0,24 rauskommen. 0,4 mal was ist 0,24? Dazu einfach 0,24 durch 0,4 teilen und rauskommt 0,6. Und dadurch wissen wir direkt auch, dass die Wahrscheinlichkeit für den anderen Ast 0,4 ist, weil es ja zusammen 1 ergeben muss. Fehlen auch die Wahrscheinlichkeiten am Ende. 0,4 mal 0,4 sind 0,16. 0,6 mal 0,2 sind 0,12. Und 0,6 mal 0,8 sind 0,48. Übrigens, die Wahrscheinlichkeiten am Ende müssen zusammen auch 1 ergeben. Das passt hier. Jetzt noch die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis genau einmal grün. Dazu benutzen wir die zweite Pfadregel. Einfach alle Pfade suchen, auf denen genau einmal grün vorkommt und die Wahrscheinlichkeiten addieren. 0,16 plus 0,12 ist 0,28. Also 28%. Zweites Beispiel. Wir haben eine Urne mit 5 grünen Kugeln, 3 blauen und 2 roten. Wir ziehen 2 mal ohne zurücklegen. So, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit beim ersten Zug eine grüne Kugel zu ziehen? 5 von 10 Kugeln sind grün. Also liegt die Wahrscheinlichkeit bei 5 Zehnteln. Wie sieht es bei der blauen aus? 3 von 10 sind blau. Also liegt die Wahrscheinlichkeit bei 3 Zehnteln. Und bei der roten sind es dementsprechend 2 Zehntel. Bei der zweiten Stufe müsst ihr jetzt aufpassen, weil wir die gezogenen Kugeln ja nicht zurücklegen. Wenn wir schon grün gezogen haben, dann sind nur noch 9 Kugeln in der Urne. Und nur noch 4 davon sind grün. Also ist die Wahrscheinlichkeit für eine grüne Kugel im zweiten Zug 4 Neuntel. Blaue Kugeln gibt es immer noch 3, wenn man zuerst grün zieht. Also ist die Wahrscheinlichkeit dafür 3 Neuntel. Und für rot dementsprechend 2 Neuntel. Genau das gleiche, wenn man zuerst blau zieht. Es sind dann nur noch 9 Kugeln in der Urne und nur noch 2 davon sind blau. Weil wir ja schon eine blaue rausgezogen haben. Grüne sind immer noch 5 drin und rote immer noch 2. Wenn man als erstes rot gezogen hat, dann geht man ganz genauso vor. Macht mal das Video auf Pause und schaut, ob ihr es verstanden habt. Wir zeichnen dann jetzt die Lösung ein. Wie lautet die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man erst grün und dann blau zieht? Einfach 5 Zehntel mal 3 Neuntel rechnen. Das sind 15 Neunzigstel oder gekürzt 1 Sechstel. Wie sieht es bei erst blau und dann rot aus? Genau. 3 Zehntel mal 2 Neuntel, also 6 Neunzigstel bzw. 1 Fünfzehntel. Und wie bei 2 mal rot? 2 Zehntel mal 1 Neuntel, das sind 2 Neunzigstel, also 1 Fünfvierzigstel. Ich glaube, ihr habt den Bogen schon ganz gut raus, oder? Letztes Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schüler lernt, liegt bei 70%. Die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht lernt und eine gute Note schreibt, liegt bei 6%. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schüler eine gute Note schreibt, wenn er lernt, liegt bei 90%. Das L steht für Lernen und das G für Gute Note. Schaut mal, ob ihr mit den Infos das Baumdiagramm selbst ausfüllen könnt. Hier die Lösung. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schüler lernt, liegt bei 70%. Deswegen schreiben wir auf den Ast, der zum L führt, eine 0,7 hin. Entsprechend liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schüler nicht lernt, bei 30%. Die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht lernt und eine gute Note schreibt, liegt bei 6%. Nicht lernen und eine gute Note schreiben, das muss ans Ende dieses Pfades. Wie ist es aber mit den 90%, mit der ein Schüler eine gute Note schreibt, wenn er lernt? Wo hilft uns diese Info weiter? Hm, das ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Ein Schüler schreibt zu 90% eine gute Note, wenn er lernt. Er lernt also und schreibt dann zu 90% eine gute Note. Perfekt. Die anderen Infos auf dem Baumdiagramm könnt ihr jetzt einfach, wie wir das bei den vorherigen Beispielen auch gemacht haben, ausfüllen. Wie sieht's aus? Baumdiagramme sind jetzt kein Problem mehr, oder? Falls das der Fall ist, dann lasst doch gerne mal ein Abo bei uns da. Wenn ihr noch mehr Hilfe in Mathe braucht, dann schaut mal auf unserer Website vorbei. In dem Sinne, bis bald!